Ja, ich mache hier mal so eine Bildschirmfreigabe und ich habe mir erlaubt, wie man das so macht, ein Chartset zu basteln für heute Abend. Und dieses Chartset hat ein paar Schaubilder mehr. Wir werden einige überspringen und ich werde es schlicht und ergreifend Ihnen gerne so ein paar Dinge erzählen. Ja, es geht um eine Buchvorstellung und die Buchvorstellung sieht so aus, dass das Buch, hier sieht man auch den Titel und das Ding nennt sich ein holistischer Bericht. Ja, warum? Es ist eben keine reine Technikgeschichte. Es geht schlicht und ergreifend darum, ein Stück weit zu erzählen, was die Erlebnisse waren mit der Technologieentwicklung, aber auch Erlebnisse, die sich sozusagen im gesellschaftlichen und sozialen Kontext abgespielt haben. Und ich für meinen Teil, man sieht mich hier abgebildet, im Laufe der Jahre verändert man sich, man geht ja auch ab und zu zum Friseur. Und ja, ich habe in Darmstadt studiert, Informatik, VWL, Lebenfachphilosophie. Und dann gab es eine Promotion eben in Darmstadt. Und dann war ich drei Jahre zunächst wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann nochmal Abteilungsleiter drei Jahre beim Fraunhofer EGD in Darmstadt. Und wir wollten heute Abend eigentlich dieses Event auch beim Fraunhofer EGD stattfinden lassen. Aber den Corona-Maßnahmen ist es geschuldet, dass wir gesagt haben, wir verlegen das komplett ins Netz. Und ich freue mich sehr, dass der Lef Krümke mit dabei ist heute Abend, der vor vielen Jahren sozusagen mein erster Chef und Mentor war. Und ich finde es sehr schön, dass er heute Abend sagt, okay, da komme ich mal mit dazu und dann bestreiten wir das Ding ein Stück weit gemeinsam. Ja, danach gab es sozusagen einen Unternehmensberatungskarriere-Schritt in Frankfurt und in Berlin bei KPMG. Und gibt es diverse Engagements. Hier ist auch meine E-Mail-Adresse eingeblendet. Das heißt, wenn Sie mir eine E-Mail schreiben wollen, aber gerne. Ich glaube, sagen zu können, dass ich alle vernünftigen E-Mails immer beantworte. Ja, 40 Jahre. Wir betrachten, dass 40 Jahre reichen, die Welt umzugremmeln. Das gab es gar nicht so oft. Und eine dieser 40 Jahre, bei denen das auch der Fall war, ist tatsächlich diese Zeit von 1490 bis 1530. In dieser Zeit, diesen 40 Jahren, ja gut, da war Kolumbus, da war der Gamma, da gab es sozusagen eine neue Geografie, eine neue Musik, neue Mathematik, ein neues Weltbild, ein neues Wirtschaftssystem. Denken Sie nur an Jakob Fugger und die Globalisierung. Alles das ist in diesen 40 Jahren passiert. Und in diesen 40 Jahren hat auch Magellan, diese Magellanische Expedition, war die erste Umfahrung der Welt. Und da gibt es einen netten Bericht. Das ist der Bericht des Antonio Pigafetta. Und der hat gesagt, ich war eigentlich immer nur dabei. Ich habe nichts Wichtiges gemacht. Und ich war halt dabei und habe es mal aufgeschrieben. Und so geht mir es auch. Ich habe nie was Wichtiges gemacht, möchte ich sagen. Aber ich habe es halt mal aufgeschrieben. Und zu Corona-Zeiten war besonders viel Zeit. Und ja, deswegen ist dieses Buch entstanden. Und ganz ähnlich, andere 40 Jahre, die man da nennen kann, wären etwa die 1920 bis 1960, wo eben auch mit der Entwicklung der Atomphysik ein neues Weltbild entstanden ist. Und da ist auch eine gesamte Neuordnung, nicht zuletzt auch der Gesellschaft, erfolgt. Und dieses, es ist eine neue Welt entstanden. Man kann das sehr schön sehen, wenn man sich den dünnen Faden der Magellanischen Expedition anschaut. Und wenn man sich auf der anderen Seite anschaut, wie eben die Seekabel heute den Globus umspannen und diese Seekabel tragen. Denn bei weitem meisten Datenverkehr, das was quasi drahtlos über Satelliten läuft, ist im Vergleich zu dem, was über die Seekabel läuft, gar nicht so wichtig. Eine neue Welt ist entstanden in diesen 40 Jahren. Der digitale Wandel, möchte ich wirklich sagen, ist faktisch vorbei. Das war. Und die Zukunft ist Vergangenheit. Und wenn wir heute ab und zu mal Mandatsträger im politischen Raum hören, die sagen, der digitale Wandel wird, dann ist das ja eine nette Formulierung. Aber dann haben die den Zug verpasst, weil der digitale Wandel ist komplett. Wir haben eigentlich in unserem Alltag kaum noch eine Chance, den Alltag zu bewältigen, ohne den Gebrauch digitaler Systeme. Ja, dieses Buch, Herr Schilke hat schon gesagt, et al. Es gibt eine ganze Reihe von Personen, die in diesem Buch mit dabei waren, die auch als Co-Autoren aufgetreten sind und einzelne Kapitel, Textbeiträge geschrieben haben. Alexander Rabe steht ganz oben. Er war ja mal Geschäftsführer der GI, ist heute Geschäftsführer des ECO-Verbandes. Helmut Kretschmer ist dabei, dann der Direktor am Gymnasium, wo ich früher war, Henker Nassau, Detlef Krümke, Christoph Blum, IGD, Grün Oma Zola, auf dem wir zu sprechen kommen werden, aus Berlin, Herr Schürmann, Popesko Zeletin. Ich brauche Ihnen diese Namen nicht alle vorzulesen, aber ich habe hier unten rechts hingepinselt, einige von diesen wären sicher Nobelpreisträger geworden, wenn es denn einen Nobelpreis für Digitalwissenschaften gäbe. Hier möchte ich insbesondere sagen, das, was beigetragen worden ist in Darmstadt zur Entwicklung der multimedialen Systeme, was in Darmstadt beigetragen worden ist zum Thema Rendering, also sogenannte Realismus in der Computergrafik. Das, was in Berlin gelaufen ist zum Thema Entwicklung der offenen Systeme, ist aus meiner Sicht der Dinge absolut das, was man in anderen Wissenschaften mit einem Nobelpreis bedenkt. Gibt es in diesem Buch einen roten Faden? Letzte Zeile ganz unten, die Antwort heißt nein. Keinen roten Faden, man kann alle Kapitel einzeln lesen, das heißt, wenn man irgendwie sagt, was ist das für ein langweiliges Zeug, kann man es überspringen und woanders weitermachen, es passiert nichts. Das einzige systematische Prinzip in dem ganzen Buch ist die chronologische Abfolge. Und da steigen wir auch ein. Ja, vor 40 Jahren war die ganze Welt eine extrem analoge. Und natürlich kann ich mich noch erinnern zu meiner Zeit als Abiturient. Einer der allerersten Zufälle, mit denen ich damals konfrontiert war, war, an meiner Schule gab es einen Computer. Und die Schüler sollten damals das Programmieren lernen. Und dieser Schule, dieser Schulcomputer war einer der ersten in Hessen überhaupt. Angeblich hatte in Darmstadt eine andere Schule auch schon einen derartigen Schulcomputer. Und der Schulcomputer, das war ein System WANG 2200. Er hatte vier Kilobyte Hauptspeicher. Als Eingabesystem hat man einen Fernschreiber, einen Telex verwendet. Und als Ausgabesystem auch den Drucker von diesem Telex und einen TV-Monitor. Also im Prinzip ein Fernsegerät, dessen Empfangsteil kaputt war. Und damals gab es schon erste Nerds. Also an der Schule sind schon Leute rumgelaufen mit riesigen Lochstreifenrollen, weil das war das Speichermedium für die Programme dieses Computers. Und dieser Computer, wie sah der aus? Wir haben hier ein Bild, das ist im Computermuseum Technikum 29. Hier unten sehen wir den Computer. Links die riesige Floppy mit drei Floppy-Laufwerken. Rechts das riesige Festplattenlaufwerk. Und hier der niedliche Bildschirm. Und natürlich hatten wir in der Schule noch sehr, sehr stark ein analoges Bild. Also ich kann mich hier, das ist hier der Rechenschieber, hießen die Dinger damals. Und habe ich natürlich noch aufgehoben. Das wirft man ja nicht weg. Das war der Taschenrechner damals. Und eine Sache, die man eigentlich lernen kann in 40 Jahren. Ja, man hat eigentlich damals geglaubt, digitale Bildung führt über Technikkompetenz. Die Schüler programmieren lernen. Und eigentlich müssten wir mittlerweile verstanden haben, dass das keinesfalls so ist. Das wäre ja genauso, wenn wir sagen würden, der Schüler muss erst mal wissen, wie man Bücher druckt, bevor er diese Bücher lesen darf. Und mit großer Freude kann man eigentlich sehen, dass man jetzt in der Politik langsam versteht, dass man in den Schulen so etwas wie die digitale Welt, die digitale Kompetenz lernen muss. Und nicht etwa plantlich der Schüler muss programmieren lernen. Wir hatten damals solche Geschichten, das hier habe ich auch noch aufgehoben. Das war ein Lineal. Damit konnte man solche Programmablaufpläne malen. Und aus irgendwelchen Gründen ist es immer noch da. Ich habe es halt nicht weggeworden. Nun denn, ja. Ja, dann, wenn wir chronologisch weitergehen, Studium in Darmstadt. Und in Darmstadt gab es eine Geschichte. Zunächst muss man sagen, wie so vieles in diesem Buch, was ich hier berichte, der Studienort Darmstadt ist völlig unsystematisch und zufällig gewählt worden. Ich bin einfach nach Darmstadt studieren gegangen, weil das von meinem Wohnort nahe dabei war. Ich konnte einfach mit dem Auto dahin fahren und fleißig studieren und hier wohnen bleiben, wo ich übrigens immer noch wohne. Und diese neue Wissenschaftsinformatik war damals eher am Rande des akademischen Betriebs positioniert. Für einen Menschen wie mich damals, Anfang 20, wäre auch das Studium der Physik ganz lohnend gewesen. Oder auch Mathematik oder Maschinenbau. Und Informatik gab es damals in Darmstadt vielleicht seit zehn Jahren. Ganz nagelneu war Wirtschaftsinformatik. Und man wusste damals beim besten Willen nicht, ob diese Informatik als Wissenschaft Bestand haben würde. Es hätte auch so ausgehen können wie etwa mit der Kybernetik, die ja auch mit großen Hoffnungen bedacht war und die dann sozusagen doch nicht diese Bedeutung erlangte, von der man glaubte, dass es sie erlangen würde. In Darmstadt, das Professorenkollegium, es war eine reine Männerwelt. Es gab keine Professorinnen und die Professoren, die es da gab in Darmstadt, waren natürlich keine Informatiker. Es waren Elektrotechniker, die sich um die praktische Informatik kümmerten und es waren Mathematiker, die die theoretische Informatik vertreten haben. Der Hochschulbetrieb war völlig analog. Das habe ich auch in dem Buch geschildert. Es war natürlich so, dass alles papierbasiert war. Aber selbstverständlich gab es nicht so etwas wie etwa eine elektronische Kommunikation zwischen den Studierenden und den Professoren. Ja, damals aufgefallen, also hier oben sehen wir ein Bild von der TH Darmstadt, sehr ansprechende Architektur mit sehr fantasievoller Fassadengestaltung. Das sah damals so aus und man sieht da so einen Eingang. Ich glaube, das ging damals in so ein Parkhaus runter, irgendwas war da. Und wir sehen oben links, das waren diese typischen Lochkarten, Stanzmaschinen, mit denen man als Student zu tun hatte. Man hat die Programme handschriftlich entworfen, hat sie dann mit solchen Lochkarten umgesetzt. Dann wurde das mit Batchbetrieb im Rechenzentrum ausgeführt und man hat so einen Ausdruck bekommen. Und wenn man einen Fehler gemacht hat, dann konnte man am nächsten Tag einen neuen Versuch starten. Das heißt, Informatik war neu und das Arbeitstempo war äußerst niedlich. Ich habe damals in Darmstadt-Logo geguckt, wer könnte denn hier in der Informatik eine Rolle spielen. Und aufgefallen ist mir tatsächlich damals in Karnasau, weil er ein Fach vertreten hat, das nannte sich Computergrafik oder grafische Datenverarbeitung. Datenverarbeitung. Einige haben damals gesagt, naja, diese grafische Datenverarbeitung, was soll denn das sein? Eigentlich ist es ja nur die Lehre von speziellen Ein- und Ausgabegeräten, aber so richtig der Kern der Wissenschaft der Informatik trifft das ja nicht. Man hat dieses Fachgebiet grafische Datenverarbeitung damals gelinde gesagt, völlig unterschätzt. Detlef Krönke, als ich ihn kennengelernt habe, sah ungefähr so aus wie auf dem Foto hier auf dem Schaubild. Ich hatte damals als Student, auch das natürlich ein Zufall, als Student diesen Grundneigung zu sagen, es wäre ja spannend, eventuell als wissenschaftliche Hilfskraft, als studentische Hilfskraft tätig zu werden. Ich bin damals zu Detlef Krönke ins Büro marschiert. Das muss etwa im Frühjahr 1984 oder so gewesen sein. Und habe mal locker gefragt, ob es denn hier was zu tun gäbe. Und Herr Krönke hat das bejaht. Und hätte er damals Nein gesagt, wäre das ganze Leben anders verlaufen. Er hat aber Ja gesagt. Damals gab es einige Dinge zu tun. Und ich weiß nicht, ob der Detlef das sich noch an diese Geschichten erinnert. Aber wir hatten damals insbesondere für die Computergrafik eigene Hardware gebaut. Damals gab es ein Multiprozessor-Labor oder wie hieß das Hardware-Labor, wo man einen Multiprozessor-Rechner aufgebaut hat. Und das waren meine ersten sozusagen Jobs als Student. Wir haben einfach Hardware gebastelt. Und ja, ich weiß nicht, was aus diesen speziellen Hardware-Ansätzen geworden ist. Aber wir waren damals vor allem, kann man sagen, eher Elektrotechniker als Informatiker. So würde man das fast formulieren müssen. Ich nehme an, das ist entsorgt. Hoffentlich. Weil es wäre ja fast peinlich, wenn das noch jemand versuchen würde, zum Laufen zu bringen. Also wir hatten damals so eine Art Multiprozessor gebastelt. Und der hatte pro Modul 256 Kilobyte Hauptspeicher. Und der große Ehrgeiz bestand eben darin, diese Hardware zu bauen, weil man glaubte, mit speziellem Hardware könnte man besonders toll eben Computergrafik betreiben. Und dann ist etwas passiert. Das muss so 1985 gewesen sein. 1985 war es so, die Stadt Darmstadt plante eine Ausstellung und die nannten sie die Symmetrie-Ausstellung. Die Stadt Darmstadt hat gesagt, auf der Mathildenhöhe, da müssen wir eine Ausstellung machen. Das Phänomen Symmetrie muss mit allen seinen Facetten beleuchtet werden, in der Kunst, in der Wissenschaft. Und damals hatten sie einen Universalgelehrten aus der Schweiz geholt. Das war Gurino Mazzola aus Zürich. Und er war der Sekretär dieser Ausstellung. Und er kam damals auf Herrn Enkernasau zu und hat eine völlig verrückte Idee gehabt. Er hat nämlich gesagt, es müsste doch möglich sein, mit computergrafischen Methoden dieses Fresco Raphaels, was man hier auf diesem Buchtitel sieht rechts, dieses Fresco Raphaels dreidimensional nachzubauen. Und wir waren damals so etwa ab Sommer, Herbst 1985 von dieser Idee maßlos fasziniert. Und die Simulation dieses Frescos, die sehen wir hier in der Mitte des Schaubilds. Die Presse hat damals geschrieben, eine unsägliche Badeanstalt. Sie ist dadurch zustande gekommen, dass man diese Holzpuppen, die Winkel dieser Holzpuppen vermessen hat. Sie waren die Vorbilder von der Modellierung. Und wir müssen uns das so vorstellen. Wir hatten damals bei Leibe nicht so etwas wie die Grafik am Bildschirm. Es war vielmehr so, dass man diese Parameter für die Körperhaltung dieser simulierten Figuren, die musste man explizit als Winkel mit einer Modellierungssprache in den Rechner eingeben. Dann wurden die auf den Zentralrechner des Fachbereichs gerechnet. Und dann wurden die Bilder übertragen über ein Modem wiederum ins Institut in der Alexanderstraße damals. Und so ein Bild, was wir hier sehen, diese Simulation dieses Raphael Frescos, das hatte 512 mal 512 Pixel mal 8 Bit mal drei Farben, also 750 Kilobyte. Und das war damals eine unendlich große Datei. Und eine solche riesige Datei von 750 Kilobyte brauchte einige Minuten, übertragen zu werden. Und sie brauchte einige Minuten, um einen ganz speziellen Monitor überhaupt dargestellt werden zu können. Normale Computermonitore waren weit davon entfernt, ein derartiges Rasterbild, Pixelbild überhaupt darstellen zu können. Und es gab auch keine Ausgabegeräte. Das Bild, was wir hier sehen von dieser Simulation, ist mit einem ganz normalen Fotoapparat mit Stativ vom Monitor abfotografiert worden, weil es noch keine entsprechenden Ausgabegeräte gab. Und wenn man das anschließend präsentieren wollte, auf der Symmetrieausstellung, was dann auch passiert ist, dann ist das eben so passiert, dass man abfotografiert hat vom Bildschirm. Es waren da Dias und diese Dias wurden mit einem ganz normalen Projektor entsprechend gezeigt. Auch hier ein sehr niedliches Arbeitsthembo in der Tat. Vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu. Also Gerina Mazzola war zum José Encarnassau gegangen und hat gesagt, ja hier, das wäre doch toll, wenn wir das simulieren. Können Sie das? Encarnassau war sich nicht ganz sicher. Und wenn er wichtige Anfragen hatte, dann schrieb er die immer auf der Rückseite von gebrauchten Lochkarten. Und die kamen dann irgendwann zu mir, diese Lochkarte, also Ungelochte. So ganz innen war die Technologie ja nicht mehr. Also eine Lochkarte. Und da stand dann drauf, bitte um Rücksprache oder Herr Kromker, bitte um Rücksprache. Können wir das? Und das ist gefährlich, mich das zu fragen. Gut, habe ich gesagt, sicher können wir das. Wir können ja die Anzahl der Puppen und das sieht man ja auch, dass wir diese rund 50 Personen gar nicht alle modellieren konnten. Und einige sind ja auch unwichtig, aber die wichtigen sind hier drauf auf dem Bild. Und ja, es gab ja auch einige interessante Erkenntnisse dann durch diese Modellierarbeit. Aber eins muss man sagen, das war nicht überall geschätzt. Also diese Badeanstalt war halt für verschiedene Leute durchaus nicht akzeptabel. Darf man, glaube ich, so sagen. Ja, also der Grün hatte damals gesagt, die Kunsthistoriker, die klassischen Kunsthistoriker sind ja nur deswegen so stocksauer, weil sie keine Ahnung von Mathematik haben und der Gestalt Raphael hoffnungslos unterlegen sind. Nun denn, ja, das mag sein. Ja, gut, und es war natürlich die Perspektive, aus der perspektivischen Darstellung mussten wir die Perspektiven und die Lokalitäten zurückrechnen. Und zum Beispiel eine Erkenntnis war, dass dieses Bild zwei Perspektiven beinhaltet. Eine für den Vordergrund und eine für den Hintergrund. Und das eben das Besondere ausmacht an dem Bild. Warum der Betrachter so in das Bild hineingezogen wird. Also machen ja kenntnisreiche Künstler heute gegebenenfalls auch noch. Ja, das war eine dieser Entdeckungen, die damals gemacht worden sind. Und das kann man wirklich sagen, wäre ohne diese mathematisch-formale Betrachtung des Kunstwerks nicht möglich gewesen. Es gab aber auch eine andere Gegnerschaft, das kann man hier sehen. Das Foto, das ist in DIA, das hat damals, ich glaube, Robert Gerfelder geknipst. Ich war ja, wie gesagt, mittlerweile mal beim Friseur. Und man sieht links so einen typischen Ausdruck auf diesem grünen Papier. Und das sind diese Parameter-Definitionen dieser Puppenhaltungen. Und rechts, das war ein typischer Abzug von diesem Fresko. Wir hatten das ja auch nicht an Bildschirm. Wir hatten ja nur Papier im Sinne von, als Vorbild für die Modellierung. Und links sieht man da so, wie diese Badeanstalt-Puppen aus einzelnen geometrischen Elementen zusammengesetzt werden. Ja, man kann vor allem eins noch sagen. Natürlich war man am Rechenzentrum auch nur halb erfreut, dass wir für diese sinnlose, rein unterhaltsame Geschichte so viel Rechenzeit verbrauchten. Es gab natürlich auch immer so ein bisschen, ja, Opposition an der Stelle. Insbesondere das Ausrechnen von digitalen Bildern war eine völlig exotische Geschichte. Was will man mit dem digitalen Bild? Wie schräg ist das denn? Und die Bedeutung ist völlig unterschätzt worden. Und auf der anderen Seite war das natürlich ein kleiner Schritt für die Menschheit. Aber für unsere Arbeitsgruppe war das ein großer Schritt vorwärts. Weil nach diesem Raphael Fresko setzte eine gewisse Popularisierung ein. Und für mich persönlich, ich darf das gleich erzählen, das Anekdote. Es gab im 1987, muss das gewesen sein, die BTW-Tagung in Darmstadt. Und Inka Nasau sollte den Dinner Speech halten im Social Event an der Orangerie. Und Inka Nasau hat gefunden, Hofmann, gehen Sie da hin. Sie haben doch diese Dias vom Raphael. Bunte Bilder, das wirkt doch immer, halten Sie den Vortrag. Und ich war damals 25 Jahre alt und hatte in der Tat auch einen Anzug an. Und es war für mich natürlich damals das Bundesliga-Debüt. Und der Clef Kröhmke hat gesagt, Rainer hat gesagt, wenn ich dir einen Tipp geben darf, lerne die ersten paar Sätze auswendig. Und wenn der Anfang läuft, der Rest geht von alleine. Und so ist es auch gekommen. Ich habe den Anfang auswendig gelernt. Und der Rest rief dann faktisch alleine. Und es war natürlich, die Orangerie voll besetzt, waren vielleicht ein paar hundert Leute da. Und natürlich keine unbedeutenden Person. Und dieses ganze Mauer, was wir damals gehabt haben, dass wir gesagt haben, guck mal, mit Computergrafik kann man solche interdisziplinären Dinge machen. Das hat einen, man kann das wirklich so formulieren, sehr großen Erfolg gehabt. Ja, und wie gesagt, es war ein großer Schritt für unsere Arbeit damals. Und es gab auch sehr viele Folgeeinladungen. Es gab fast schon so etwas wie eine kleine Tournee. Ich kann mich erinnern an Vorträge in Norddeutschland, Hamburg, wo das eben Nürnberg, wo das sozusagen geschätzt worden ist. Naja, das waren so die Anfänge, insbesondere die Anfänge von überhaupt Körperdarstellungen im Computer. Und mir ist nicht bekannt, dass es vorher so etwas gab, wie jemand versucht Körperhaltungen. Und das, was wir hier sehen, auch wenn es eine Badeanstalt mit Badeanzügen geworden ist, mir ist nicht bekannt, dass es vorher in irgendeiner Art und Form versucht worden ist. Das nächste kleine Kapitel, dem möchte ich nicht sehr viel Zeit widmen. Ich will Ihnen nur sagen, das haben wir auch gemacht. Wir hatten in Darmstadt, das war ein Folgeprojekt. Das war auch eine Aktion von Gerüno Marzola, wo er gesagt hat, wir sollten einen Musikcomputer bauen. Das war dann so ab 87, 88. Und damals haben wir dieses Manöver dann 1988 vorgestellt in Wien. Und mein ehemaliger Kommilitone, dann Mitarbeiter und heute immer noch sehr guter Freund Christoph Blum, war zusammen mit Gerüno Marzola vor Ort in Wien. Und wir haben diesen Computer dem damals bekanntesten Musiker der Welt, Herbert von Karajan, vorgestellt. Und dieser Tisch hier im Saal, im Nebengebäude, neben dem Saal des Musikvereinsgebäudes in Wien, das Sie vielleicht kennen vom Neujahrskonzert, das hat Christoph Blum aufgenommen, dieses Bild. Und es ist so ein bisschen wie die Otto-Hahn'sche Kernspaltung von der Versuchsanordnung her. Und heute interessiert uns eigentlich nach all dem Techno und aller elektronischen Musik, heute interessiert uns sozusagen auf der philosophischen Ebene sehr viel mehr, was in der Musik nicht formal mathematisch beschrieben werden kann. Und ich bin da immer noch mit großer Freude bei dieser Thematik dabei und habe mich auch gefreut, über eine dazu passende Einladung. Im Dezember ist das, glaube ich, im Institut von Gerüno in Minneapolis. Wir werden sehen. Also das war so eine Maßnahme. Und dann kam es sozusagen zu einer, man würde das wirklich so formulieren wollen, nächsten Sternstunde. Und diese nächste Sternstunde, das war das Berkumprojekt in Berlin. Das Berkumprojekt in West-Berlin war ein, man muss sagen, Entwicklungshilfeprojekt. Berlin, West-Berlin war eine brutalste Provinz. Das lag mitten in der DDR. Und wer nach West-Berlin wollte, musste die DDR durchfahren oder satzweise überfliegen. Und man hat damals, ja, ich nenne das wirklich ein Entwicklungshilfeprojekt gehabt. Und dieses Berkumprojekt, Berliner Kommunikationsprojekt, war darauf angelegt, Breitbandtechnologie zu untersuchen. Man hat über völlig fantastische Bandbreiten nachgedacht, zwei Megabit Datenübertragungsrate. Und im Extremfall, aber das war dann kurz vor der Mondlandung ideologisch, 140 Megabit. Datenübertragungsrate. Und was man damals in Berlin gehabt hat, war die Erfindung des Paradigmas, das wir heute allgegenwärtig haben, nämlich der vernetzte Multimeter-Computer. Der Computer mit einem Breitband-Netzanschluss, der auf seinem Bildschirm alle möglichen Medien, Bilder, Videos, dazu Audio, Mikrofon hat. Das ist der Arbeitsplatz der Zukunft. Das heißt, am Arbeitsplatz wird alles Mögliche erledigt und über ISDN-B, Breitband-ISDN, wird auch alles Mögliche erledigt und vernetzt. Und dieses Manöver, das hat man damals in Berlin angegangen. Und die Berliner hatten sozusagen das große Problem, was ist der Sinn von einem solchen breiten Netz? Wer braucht um Himmels Willen zwei Megabit Bandbreite? Das ist ja völlig utopisch. Was will man damit? Und einer der Gedanken, die man damals gedacht hat, war, eigentlich macht das nur Sinn, diese breiten Netze zu bauen, wenn man damit Bilder übertragen will oder Videos. Und dann kamen die Berliner auf die Darmstädter zu. Pepesko Zelletin, hier im Bild, hat in Cannesau gefragt, irgendwie muss das gelaufen sein. Und ob wir mithelfen könnten, Anwendungen zu definieren, wo man sozusagen Bilder an einem Computer möglichst in Echtzeit oder da Videos an einem Computerbildschirm möglichst in Echtzeit auseinandernehmen möchte und darstellen möchte und kommunizieren möchte. Das war sozusagen die Sinnfrage, die sich damals gestellt hat, was soll Breitband werden? Und die Personen, mit denen wir damals zu tun bekamen, waren Pepesko Zelletin, hat immer eine Pfeife dabei, so auch auf diesem Bild konsequenterweise. Und er hat immer Tabak geraucht, von dem Detlef Krömmke mal behauptet hat, er würde riechen, als ob Dr. Oetker in Bielefeld abgebrannt wäre. Das mag ja sein. Jedenfalls, das waren damals halt die Sitten. Und Gerd Schürmann, den wir hier auch in einem Jugendbild sehen, Wir haben damals intensiv uns bemüht, wozu könnte man sozusagen Datenstrukturen definieren oder wie es hieß, Dienste definieren, die so etwas wie einen Multimedia-Dienst auf einem normalen PC erlauben. Und das, was wir jetzt hier im Moment machen, völlig selbstverständlich, eine Videokonferenz, das hat man damals versucht, in ersten Prototypen zu realisieren. Wir sehen so ein Manöver rechts, einen kleinen Bildschirm. Und weil damals die Kameras noch größer waren, sehen wir diesen Bildschirm mit einem gegenüberliegenden kleinen Spiegel, der den Bildschirm wiederum in die Kamera projiziert. Und wir sehen die Dame, die diese Videokonferenz bedient, die hat selbstverständlich keine integrierte Arbeitsumgebung. Der PC dieser Dame, der Arbeitsplatz dieser Dame, ist von dieser Videokonferenz völlig isoliert und getrennt. Also sie macht sich handschriftliche Notizen mit Bleistift auf Papier. Und das waren die Anfänge von diesen Videokonferenzen. Übrigens, dieser Spiegel, dieser halbbeschlässige Spiegel mit dieser Kamera war sozusagen eine Sache, bei der man bei Bergkomm wahnsinnig stolz war, weil man damit das Gegenüber quasi in die Augen schauen könnte. Und das hat allerdings in anderen Weltteilen gar nicht, war gar nicht erfolgreich, weil es etwa in Japan als äußerst unhöflich gilt, einem Gesprächspart direkt in die Augen zu schauen. Das heißt, das große Lob, was man damals hatte, als man das japanischen Kollegen vorgeführt hat, waren die gar nicht von diesen Dingen begeistert. In Darmstadt waren wir damals mit irrwitzigen Problemen konfrontiert, weil man muss einfach sehen, zu der Zeit, Ende der 80er Jahre, war Bewegtbild Videotechnik. Und Videotechnik, das waren PAL-basierte Systeme. Und es gab PAL-basiert in Europa, es gab SECAM in Europa, es gab NTSC in den USA. Und es war uns völlig unklar, wie um Himmels Willen ein Videosignal auf einem Computerbildschirm auch nur ansatzweise dargestellt werden könnte. Die konzeptionellen Schwierigkeiten kann man heute, was das angeht, kaum noch ermessen. Und speziell Detlef Krönke hat sich damals, glaube ich, so sagen zu können, immense Verdienste erworben, dass er den Kollegen in Berlin überhaupt mal erklärt hat, wie Video funktioniert und wie Fernsehsignale funktionieren. Das war eine der Geschichten, die ich da gerne aufgeschrieben habe und an die ich mich auch sehr gerne erinnere. Das war wirklich ein umfangreiches Tutoriumsarbeit, die er damals gemacht hat. Naja, wenn man es halt weiß, ist es einfach, das zu machen. Ja, es gab insbesondere... Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, an diese Session. Aber es... Was? Naja, ich meine, ich habe zu viele Vorträge gemacht. Zu viele. Es war schwierig, damals wirklich überhaupt Bilder aufzuzeichnen. Ich hatte dann ja 86 mit Animation, mit Computeranimation begonnen. Und das war ja richtig... Man musste ja richtig in Hardware investieren, also eine spezielle digitale Bildplatte, auf die 30 Sekunden Video gingen, die man aber vom Computer aus beschreiben konnte und dann quasi live abspielen. Aber das war richtige Hardwareinvestition. So 87 muss das gewesen sein. Also richtig viel Geld. Aber natürlich hat es Spaß gemacht, weil wir auch was Besonderes hatten. Detlef Krönke hat es gerade erwähnt. Wir haben dann so 86, 87 mit diesen Computeranimationsgeschichten begonnen. Und das war eigentlich auch eine Folge dieses Raphael-Projekts, dass wir uns gekümmert haben um so computergrafischen Realismus. Und diese Sachen sind dann aufgegriffen worden von Leuten aus dem Film. Und Spieleindustrie hat darauf reagiert, das Fernsehen, Filmindustrie hat darauf reagiert. Und ich konnte mir damals beim besten Willen überhaupt nicht vorstellen, dass das eine wirtschaftliche Basis haben könnte. Für mich war völlig unklar damals, wie man um Himmels Willen Geld ausgeben könnte, um so etwas wie einen Computertrickfilm da in Spielfilmlänge zu produzieren. Es gab zwar schon erste Versuche von Disney und so weiter, aber dass das mal eine derartige wirtschaftliche Bedeutung haben, bekommen soll, wie es heute hat, war damals für mich nicht vorhersehbar. Wir sehen unten rechts eines der ersten Rate-Rating-Bilder, was damals beim EGD gerechnet worden ist. Das hat Frau Giger gemacht, wo man eben Schattenwurf sieht und Reflexionen und solche Dinge sieht. Das Bild heißt übrigens 5 vor 12 und wurde mal für die Weihnachtskarte des Instituts verwendet. Keine Ahnung, warum man das für die Weihnachtskarte verwendet hat. Aber es ist da 6 vor 12, aber das sind ja Kleinigkeiten, oder? 6 vor 12, ja, ja. Und dann kam es zu einer Geschichte, auf die man nach all den Jahren noch immer stolz sein kann. Denn Detlef Krömenke hat mal gesagt, pass mal auf, hat er gesagt. Wie ist denn das eigentlich? Muss man wirklich dieses Computer-Rate-Racing-Zeug so genau ausrechnen? Man könnte doch auch bestimmte Strukturen einfach nur annähern und der Betrachter von diesen Bildern wäre auch zufrieden. Und wir haben das damals in der Folge dieser Grundidee die nicht exakte perspektivische Projektion genannt mit dem Akronym NEP. Und diese nicht exakte perspektivische Projektion hat gesagt, naja, angenommen, nur mal angenommen, wir würden die Geometrie von darzustellenden Objekten, etwa was die Oberflächeneigenschaften angeht, durch Fotografien simulieren. Das wäre doch eine Weltidee. Und das haben wir tatsächlich prototypisch realisiert. Und das war damals ein Projekt, das ist hier in der Nähe im Odenwald gelaufen, ein Kirchengebäude. Und das wurde vermessen. Da hat man die Geometrie. Und dann hat man das Gebäude fotografiert und anschließend diese Fotografien wieder auf diese Geometrie aufgemappt. Und das war natürlich sensationell, weil für ein solches Bild, was wir hier etwas sehen, mit dieser Dachfläche und diesen Wandstrukturen in dem Gebäude, für so ein solches Bild brauchte damals eine Microwax ungefähr 20 Minuten. Und das war sensationell schnell. Man war natürlich meilenweit davon entfernt, so etwas für einen Film in Echtzeit ausrechnen zu können. Der Klemke hat ja gesagt, die Aufzeichnung von solchen Bewegtbildern war ein Riesenproblem. Und wir hatten damals ungefähr 10 Sekunden Film generieren können von diesem, so eine Art Walkaround und dieses simulierte Gebäude. Und diese Technologie, ja, da kann man durchaus sagen, spannende Geschichte, diese Technologie hat natürlich heute eine absolute Omnipräsenz. Wenn man heute anschaut, Darstellung von Hintergründen in Computerspielen, aber auch computeranimierte, was weiß ich was, Trickfilme, ETC, fast alle rechnen keine exakte perspektivische Projektion. Fast alle betreiben das, was wir damals sozusagen im Sinne von überragen, das Kulissen schieben auf die Computergrafik. Ja, das ist heute ein Gang und Gäbe und war damals eine Weltidee und an die ich mich noch sehr gut erinnere. Der Detlef saß damals da und hat den Kumpelschreiber rumgemalt und hat gesagt, das muss man doch so nicht so genau machen. Ja, dann haben wir das aufgegriffen und es war eine spannende Geschichte. Keine Frage. Aber ich habe das völlig unterschätzt. Ich habe mit Computerspielen ein Blick mehr zu tun gehabt. Bitte. Entschuldigung. Du hast das damals implementiert. Du hast das gemacht. Nicht ich. Ja, klar. Es muss ja immer mal irgendwas gemacht werden. Das ist ja völlig klar. Aber es ist, glaube ich, schon eine Sache, wo man als Institut, als EGD sagen kann, schau mal, das war schon mal eine Weltminute. Das muss man ja mal gemacht haben. Und dann waren wir in Nizza an der Eurographics-Konferenz. In Nizza, ich kann mich noch erinnern, ich hatte damals einen hellen Anzug an und habe das auch vorgetragen und das wurde sogar gelobt von einigen Leuten und war eine interessante Exkursion nach Nizza. Ich kann mich da noch von erinnern. 1988. Ja, und dann wurde diese Berkom-Geschichte weitergeführt und das war sozusagen eine zweite Weltminute, nämlich die offenen Systeme entstanden. Das war ungefähr so ab 1990 und bei Berkom hat man massiv auf das OSI-ISO-Protokoll gesetzt, an ISO-OSI-Protokoll gesetzt, den OSI-Protokoll-Stack gesetzt und so ab dem Jahr 1992 etwa kam plötzlich eine Vokabel in die Welt, von der wir damals bei Berkom und auch in Darmstadt sagten, was soll denn das? Und die Vokabel hieß Internet. Und plötzlich gab es ein Internetprotokoll und das wurde mit äußerstem Argwohn angesehen und insbesondere kann ich mich noch erinnern an Debatten, die wir damals hatten mit den sogenannten verbindungslosen Protokollen. Also das, was wir heute hier sehen, wir simulieren ja hier eigentlich nur eine Datenübertragungsleitung. In Wirklichkeit werden ja kleine Datenpaketchen über das Internetprotokoll transportiert und das Gleiche passiert ja auch bei Telefon. Und wir haben damals uns entsetzlich aufgeregt, also ich zumindest, habe mich damals uns entsetzlich aufgeregt und habe gemeint, also wenn wir das akzeptieren, dann würde das ja bedeuten, dass wir etwa eine Videokonferenz machen und plötzlich ruckt das Bild, weil wir ja keine Datenübertragungsrate garantieren können. Plötzlich kriegen wir Ruckelbilder und der Ton setzt aus. Das ist doch keine Dienstqualität. Wie kann man denn nur in diese Richtung weiterdenken? Aber es ist so gekommen. Und wir hatten damals von Darmstädter Seite insbesondere Beiträge geleistet, die man heute findet konzeptionell im Bereich der gängigen Bilddatenformate. Wir hatten damals ein Manöver, das nannten wir FTC-RP, File Photo Transfer of Colored Raster Pictures. Und das haben wir da in die Standardisierung mit eingebracht. Und Detlef Krömke und ich, wir waren damals in dem SC26, das JDC1. Und nebenan gab es den SC29, das waren so diese JPEG, also Joint Photographic Expert Group und die Motion Picture Expert Group, Leute. Und ich kann mich noch erinnern an den Heinz Gerhäuser. Ich habe noch aus einem ISO-Meeting seine Visitenkarte von damals. Und er ist damals rumgelaufen, hat erklärt, er müsse sowas machen wie ein Audio Layer 3. Und das wäre eine ganz tolle Idee, weil damit wäre es möglich, etwa Töne, Musik über das Telefonnetz, über ISDN zu übertragen. Und er nannte das damals diesen Audio Layer 3, er nannte er MP3. Und das MP3, das war damals eine völlig exotische Geschichte. Und das sollte nur ungefähr zehn Jahre dauern, bis MP3 durch die Einführung des Produkts iPod-Produktlinie bei Apple überhaupt eine echte Marktrelevanz bekommen sollte. Aber verglichen mit dem, was vorher war und nachher war, also Erfindung der offenen Systeme und Durchsetzung dieser Protokolle, kann man wirklich sagen, das war eine kopenikanische Wende. Und diese Personen, die damals an diesen Dingen gearbeitet haben, haben wirkliche Pionierarbeit für das geleistet, was wir heute als Informationsgesellschaft bezeichnen können. Und man kann natürlich mit einiger Sorge sehen, dass diese Kultur der Standardisierung, die damals noch herrschte, dass man also offizielle Standards formuliert hat, dass diese Kultur der Standardisierung ein bisschen in Gefahr geraten ist. Wir sehen heute Arbeitspapiere verfasst von Hank und Dave von The Midwest und dann erklären die das zu einem Standard und dann ist irgendwann Donnerstag, dann ändern sie es wieder. Und das sind natürlich nur sehr berühchige Grundlagen für eine verlässliche technologische Entwicklung und Investition. Auf der anderen Seite, ich denke, muss man auch tatsächlich sagen, dass wir unsere Standardisierung also im SC26 sehr deutsch durchgeführt hatten. Also sehr gründlich und sehr und so weiter und so weiter. Ja, das stimmt. JPEG und MPEG waren aus der Hüfte geschossen. Also Warten sind gut, sind ja bis heute Standards in ein bisschen ähnlicher Form, aber wir haben es zu gründlich gemacht und darum immer wieder, immer wieder keep it simple and small. Ja, das ist überall der Gewinner. Wenn das keiner mehr versteht und unseren Standard, den hat, glaube ich, kaum jemand verstanden, dann nützt es nichts. Egal, wie gut das ist. Es gab damals ganz entsetzliche Diskussionen. Man muss sich, ich sage das den Personen, die damals natürlich nicht dabei waren, aber man muss sich bitte mal klar machen, wir hatten damals unendliche Diskussionen überhaupt um den Begriff des Bildes. Es war zum Beispiel nicht klar, ob es möglich sein könnte, einer Datenstruktur zu sagen, dass sie sozusagen ein Bild ist. Und wir haben damals eine Position eingenommen, die bis heute noch gültig ist, nämlich ein Bild wird zum Bild, in dem man es betrachtet. Der Datensatz als solcher weiß natürlich nicht, dass er irgendwann betrachtet werden soll. Aber das waren Riesenprobleme und insbesondere die englischen Kollegen sind immer rumgelaufen mit dieser immer wieder wiederholten Frage What's an image? Und what's an image, das war so ein bisschen ein geflügeltes, ein geflügeltes Wort. Dann kam es zu einer interessanten Geschichte. Ich habe das Buch hier seitlich noch liegen natürlich und das war im Oktober 1990. Im Oktober 1990 hat man bei Berghorn gefunden, es wäre an der Zeit, mal endlich darüber nachzudenken, eine Art Konferenz der maßgeblichen Leute zu haben, die sich mit diesem Thema Grafik, also bewegte Bilder, stehende Bilder, werden übers Netz übertragen. Damit sollten wir uns endlich mal systematisch auseinandersetzen und es wäre doch schön, wenn man von Seiten der Eurographics einen Workshop machen würde, um einfach mal den Stand der Kunst zu erörtern. Es war damals so, also im Oktober im Oktober 90 war es dann so, dass man in Berlin gesagt hat, wir bräuchten dafür einen Tagungsraum, aber im Oktober 1990 war der Flugverkehr nach Berlin noch nicht das, was es heute ist. Und man hat gefunden, es wäre schön, wenn wir eine Tagung hätten in der Nähe von Frankfurt, weil der Flughafen Frankfurt ist es besser. Und da wurde ausgerechnet ich gefragt, ob ich ein Hotel hätte oder sowas und da habe ich gesagt, oh, ich habe da eine Weltidee, wir gehen an die Burg Bräuberg zur Burgterrasse und hier ist die Ansichtskarte davon und dieses Hotel Burgterrasse, das existiert heute nicht mehr in der Form, das ist heute ein, man kann sagen, Tierhotel. Und man kann seinen Hund zum Urlaub abgeben. Aber diese Graphics und Communication Konferenz, ein paar Autoren sind hier als Herausgeber mit aufgeführt. Da war David Arnold, da war David Jewess, da war Robert Mabry, da war Popwood und Gerd Schürmann war aus Berlin mit dabei und einer der Beitragenden war Ralf Cortes und Ralf Cortes hatte etwas erfunden, das nannte er den Universal Link Server und das war an der Uni Braunschwerheit nichts anderes als das, was später im World Wide Web als Hyperlink Dokumente reisieren sollte. Er hat einfach gesagt, es wird auch wahnsinnig lustig, das war auch Thema seiner Promotionsarbeit, es wird auch wahnsinnig lustig, wenn es so etwas gäbe wie ein Dokument, in dem eine Datenstruktur auf ein anderes Dokument zeigt. Also ganz so, wie wir das im Lexikon kennen, also wenn man noch Lexika kennt als Papierlexika, wo ein kleiner Pfeil auf das nächste Stichwort zeigt. Solche Hyperlinks, das war damals die große Erfindung und im Nachgang, nach all den Jahren würde ich sagen, es war so eine Art Solway-Konferenz, also ganz wie bei den Physikern, wo Max Planck damals seine Quantenmechanik vorstellt. Es war damals so urknallig. Ich habe lange gesucht, ob es eine Publikation gibt, die Graphics and Communication, diese Fusion, irgendwie adressiert und das ist nicht der Fall. Sollten Leute zuhören, die sich in der Region Odenwald-Breuberg auskennen, dann wissen diese Leute möglicherweise, dass neben dem Bräuberg die Ortschaft Höchst existiert und in Höchst gab es damals das, was man eine Disco nannte, heute würde man sagen einen Club, der hieß Kloschard und ich kann mich noch sehr gut erinnern an das Social Event, also all die Leute von auswärts, die auf der Burg Bräuberg, da tagten drei Tage lang, waren dann in diesem Club und haben sich da fürchterlich amüsiert bei entsprechender Musik und mit dabei am Reuberg war ein, ja damals noch ein jüngerer Mensch und ich habe von Enka Nassau gelernt, dass man Visitenkarten in Kalender kleben kann und ich zeige mal die Visitenkarte, damals mit dabei war ein gewisser Dieder wie Fellner aus Kanada und der ist heute der Institutsleiter Institutsleiter des IGD und damals hat er sich vorgestellt und hat gesagt, ja bei dem Thema, da müssen wir auch mit tun, das ist bestimmt wichtig, was sie da machen. Nun denn, ja. Ja, ich war da nicht bei. Was sagst du bitte? Ich war da nicht dabei. Nein, du warst nicht dabei, ich weiß, du warst einfach nicht dabei, weil du gesagt hast, das ist denn das für ein Zeug, das sollen doch die Leute machen, wie der Rainer Hofmann und der Christoph Blum und du bist ja immerhin Abteilungsleiter, du kannst da nicht dahin, was willst du denn da, so irgendwie war das. Ja. So war es halt. Ja, aber es war eine spannende Sache und insbesondere war es damals so, dass man an diesem Breuberg-Workshop aus Baldobert hat ein RACE-Projekt mit dem Titel Amex Architecture for Multimedia Image Communication und da war insbesondere dann Ralf Kortes beteiligt, Bosch Telenorma war mit dabei, die Freunde aus England waren dabei, David Hughes, Bob Hopgood waren dabei, Finnland, Spanien und dieses RACE-Amex-Projekt war dann später für diese multimediale Bildkommunikation, ja, man kann es schon sagen, nicht ganz unwichtig. Denn ja, wir müssen aber eins sehen, noch auf Jahre hinaus war das, was man heute kennt als World Wide Web zunächst, das hatte man noch nicht. Was man hatte, war Multimedia und Multimedia wurde dann auch 1995 zum Wort des Jahres und so allmählich hat die Wirtschaftsinformatik Bedeutung erlangt, weil man gesagt hat, wir müssen mal anfangen, Geld zu verdienen und das Geldverdienen sollte damals, ich habe hier unten auch das Bild und hier ist das Original, mit solchen Sachen passieren. Das hier ist ein Plastikschachtel und da drinnen ist eine CD-ROM und die CD-ROM ist eine Art Lexikon, Birth of Europe und man glaubte 1995, dass man mit solchen CD-ROMs allen Ernstes den Buchmarkt ablösen würde. Also die CD-ROM, das war das neue Gutenberg-Business und man glaubte tatsächlich, dass diese multimedialen Datenträger das riesengroße neue Geschäft sein würden. Und in 1995 setzte dann so langsam ein, das was in 1990 da am Bräuberg, Fusion von Multimedia und Internet, das wurde so langsam geschäftsfähig und so langsam hat man auch gesagt, da passieren spannende Dinge. Und es gab 1995 eine, wie ich sagen würde, absolut wegweisende Konferenz. Detlef Kröhmke hat damals das ganze Manöver, das darf man so formulieren, zusammen mit Robert Galliot initiiert und das war die World Wide Web Konferenz 1995. Und World Wide Web ist natürlich heute ein super gangbarer Begriff, 1995 war das noch nicht so. Und Detlef, soweit ich mich erinnere, war die erste World Wide Web Konferenz in Genf, die zweite in Chicago und die dritte World Wide Web Konferenz mit diesem sinnigen römische 3 und dem World Wide Web Logo im Hintergrund. Die dritte World Wide Web Konferenz war es dann tatsächlich du in Darmstadt. Ganz genau, das war so. Es war auch spannend und einige der Leute, die ich da vorhin gesehen habe und jetzt zu den Zuhörern gehörten, waren auch schon dabei. die Idee entstanden, dass wir in dieser Provinz Darmstadt das machen, ist eigentlich nach der WWW1, die man nicht WWW1 nannte, sondern World Wide Web Konferenz, nachdem da klargestellt war, dass die zweite Konferenz beim NCSA stattfinden sollte und Robert Cagliot zusammen mit Tim Berners-Lee, wobei Tim nie so ganz politisch gedacht hat, war der fest Überzeugung, die nächste Konferenz muss wieder in Europa stattfinden, sonst nehmen uns die Amis das komplett weg. So, okay, das war der Ausgangspunkt und ja, gut, ich bin dann und er hatte noch gesagt, ja und Detlef, jetzt musst du das machen. Ja, okay, ich bin nach Darmstadt zurückgekommen und habe das kurz mal bei José Encana Sao angesprochen, er war nicht hell auf begeistert, ganz einfach, ja, weil er dachte, das ist irgendwie eine kleine Konferenz, aber gut, er hat schließlich Ja gesagt, mach das, mach es, Robert war zwischendurch nochmal in Darmstadt gewesen und ich weiß noch genau, ich kann mich erinnern, ich kann das Café noch sehen, wo wir gesessen haben und er sagte, so Detlef, jetzt musst du jagen, du machst es und alles vorbereiten. Das war dann irgendwann im Sommer 94 und im April 95 war dann diese Konferenz und da gab es noch eine Menge dazu, also an den damaligen Kanzler der Universität, der Technischen Universität, damals noch Technische Hochschule, muss ich eigentlich heute noch einen riesen Dank machen, denn er hat es uns ermöglicht, in Audimax und in dem Audimax Gebäude die Veranstaltung zu machen, obwohl die Feuerwehr gesagt hatte, nee, das geht nicht und dann hatten wir die Idee, überall Brandwachen aufzustellen und dann haben sie schließlich Ja gesagt und vor allen Dingen der Kanzler hat das unterstützt, also es war eine ziemlich eckige Geschichte, aber schön, ich glaube, und wir haben auch viel dabei gelernt. Es waren ja auch, kann man sagen, überraschend viele Personen überhaupt anwesend. Wenn ich mich richtig erinnere, waren das ungefähr 1500 Leute, die teilgenommen haben. Wir wollen nicht übertreiben, aber es war bis dato dann größte Konferenz in Genf waren es 340 Teilnehmer gewesen, beim NCSA, also in Chicago, waren es 800 gewesen und da hatten wir die Angst, naja, 800, da werden wir in Europa nicht rankommen, aber ist ja okay und dann waren es also mindestens 1300, 1200, 1300 zahlende Teilnehmer und das war gut. Also auch wirtschaftlich sind wir gut hingekommen, obwohl wir zusätzliches Personal einstellen mussten und so weiter und so weiter. Also war prima. Ich habe natürlich noch einen solchen Krug im Original hier, das ist klar und das war damals das Giveaway, was man als Konferenz Teilnehmer erhalten hat und wir sehen hier dieses Logo, was Robert Gallio damals designt hat, das World Wide Web Logo überlagert von der römischen 3 für Darmstadt und da steht eben das Darmstadt 95 und der Sponsor dieses Krugs war übrigens die Firma Mosaic und Mosaic war die Firma, die eigentlich den allerersten echten Multimedia Browser hatte. Also vor dem war das World Wide Web vor allem ein textbasiertes Manöver und man konnte Textdokumente haben und in den Texten gab es dann diese Links auf andere Dokumente solche Geschichten und der Mosaic Browser war also der echte Browser der sozusagen dann auch auf den später entstandenen Workstations das Retrieval von Bildern oder gar Bewegbildern unterstützte. Also dieses Event um die Osterzeit 95 sehr spannend was die Technologie angeht aber ich glaube man kann von diesem Event 95 noch etwas sagen. Es war damals so ich kann mich noch daran erinnern es hieß damals wir bräuchten mal so eine Art Panel Diskussion über kommerzielle Nutzungen des Internet und das Panel sollte heißen Commercial Usage of the World Wide Web Fragezeichen und ich habe damals eine Reihe von Leuten organisiert die auf diesem Panel saßen darunter Harald Sommer der Hauptgeschäftsführer des ECO Internet Verbandes ist da war Rainer Klude mit dabei dann war dabei Herr Pavlik das waren zum Teil Leute die haben gesagt wir werden Internet Zugang verkaufen man kann bei uns Internet Zugang in Zukunft kommerziell als Abonnement bekommen einer war da von Spiegel Online der Spiegel Online Mensch hat behauptet es wird möglich sein in Zukunft am Bildschirm Zeitung zu lesen und diese Aussage man wird in Zukunft am Bildschirm Zeitung lesen die war im Jahr 1995 brutal utopisch und auch andere Dinge mehr es gab da auf dieser Panel Diskussion Beiträge man wird im Internet Warenkataloge haben man wird bestellen man wird im Internet Bezahl Protokolle haben und anders utopisches Zeug mehr und im Nachgang so viele Jahre später kann man sagen ja das war so ein bisschen in dieser Community dieses anfangen Nachdenken über den Electronic Commerce und dann in der Zeit paar Monate später das muss im Sommer 1995 gewesen sein hat Harald Summer auch konsequent diesen Verband ECO gegründet ECO das war die Abkürzung von E-Commerce und das war zunächst sehr mühsam überhaupt sieben Leute zusammen zu bekommen für diesen Verband heute hat dieser Verband weit über 1000 Mitglieder und wir kommen dann gleich nochmal auf den Verband zurück und es gab dann noch eine zweite wichtige Konferenz die fand allerdings erst 96 statt und das war der Multimediakongress in Leipzig und dieser Multimediakongress in Leipzig hat dann ein Jahr später diese Kommerzialisierung des Internets und des World Webs endgültig aufgegriffen und man könnte sagen verstanden in Leipzig waren dann die großen Verlage da die großen Telekommunikations Anbieter da und man hat gesagt wir müssen im Internet anfangen Geld zu verdienen weil da spielt die Musik und das nächste Schaubild zeigt er so ein bisschen Andreas Kind war damals der Technik Vorstand bei T-Online und er hat glaube ich sagen zu können maßgeblich beigetragen zur Popularisierung der Internetdienste nicht zuletzt deshalb weil er gesagt hat T-Online als spezieller Online-Dienst geht konsequent in Richtung des Internetprotokolls und T-Online setzt auf ein HTTP-Protokoll T-Online setzt auf das klassische E-Mail-Protokoll und dadurch ist eigentlich diese Internetgeschichte entscheidend ab etwa dem Jahr 96 befördert worden interessanterweise gab es 1996 eine brutale Provinzattacke nämlich hier sehen wir den Kollegen Alm 1996 und Olaf Reubold 1996 wir hatten nämlich und das möchte ich nicht in aller epischen Breite schildern wir hatten ein lokales Büro in Erbach im Odenwald und dieses Manöver was damals insbesondere nicht ohne die massive Fürsprache von Günther Koch heute Wien und Thomas Wolf ich glaube heute anwesend gelungen wäre dieses Büro ihr seht hier diese Fassade in Erbach hat massiv so etwas betrieben was damals nagelneu war wiederum man kann sagen eine Weltminute nämlich man hat die Wichtigkeit des Wissenstransfers entdeckt es ist eine Sache zu sagen wir machen Technologieentwicklung und der klassische Ingenieur sagt ich entwickle gute Technologie die Leute werden das selbstverständlich kaufen und brauchen können ist doch logisch war plötzlich die Weltidee wir müssen unbedingt mit den Anwendern reden wir brauchen die normalen Leute und dieses Büro in der Provinz in Erbach im Odenwald hat kann man sagen damals schon massiv beigetragen und es gab man sieht es an den Zeitungsmeldungen eine ganze Reihe von Pilotnutzern die in Erbach für das Internet begeistert werden konnten und begeistert worden sind wir sehen die Sparkasse wir sehen eines der ersten Autohäuser und eines der ersten Internetunternehmen überhaupt wurde damals auch gegründet nämlich das Unternehmen des hier gezeigten Herrn Reubold die SCDI GmbH kaum wurde das Unternehmen gegründet an Weihnachten 95 hat es als erste Großtat den deutschen Multimediakongress ins Netz gebracht also muss ich das bitte mal vorstellen der Multimediakongress in Leipzig ich war im Beirat hat sich ernsthaft überlegt brauchen wir eine Webpräsenz und der Schüler hat gesagt Logo und ich habe sogar auch einen der kann das machen und habe den Veranstaltern wärmstens empfohlen und ich glaube sagen zu können dass das Unternehmen von Herrn Reubold STDI heute in Deutschland vielleicht das älteste mindestens aber eines ältesten noch funktionierenden internetorientierten Unternehmen ist ich müsste lange überlegen es gab damals schon andere Unternehmen Kabel New Media Pixelpark aber aus denen ist das nicht so persistent gewesen wie bei Herrn Reubold in Erbach der da eine sehr gute Kondition an den Tag gelegt hat was dann auch Entschuldigung hier wollte ich noch weitermachen ja es war eine ganze Reihe von solchen Pioniertaten und viele Leute waren damals auch in Erbach zu Gange also der Multimedia Kongress Beirat hat da ein paar Mal getagt und ähnliche Manöver mehr und ja das war eine interessante Episode die sich da in den 90er Jahren zugetragen hat ja dann haben wir das New Economy gesehen der neue Markt an der Börse ist ausgeflückt und einige haben sich da auch glatt ruiniert weil sie gedacht haben das ist ja das Größte und wir müssen da jede Menge Geld in neue Aktien investieren aber es ist nicht so ganz gut ausgegangen und damals wurde gegründet der ECO Verband und da möchte ich kurz darauf eingehen Harald Sommer war mit in einem gemeinsamen Projekt was damals bei KPMG gelaufen ist und ich kann mich noch erinnern an eine Projekt Sitzung die war in Luzern und wir sind da am Ufer entlang gegangen und da hat der Harald Sommer zu mir gesagt naja du hast ja mit dem IKTT jetzt so eine Art Transferstelle gegründet du hast da jetzt dein Institut aber ich will auch sowas und ich mache jetzt diesen ECO Verband und dieser ECO Verband ist heute von nicht geringer Wichtigkeit insbesondere ist ein Tochterunternehmen des ECO Verbandes der Internetknoten D-Kicks in Frankfurt und ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen dieser D-Kicks Internetknoten ist wahrscheinlich das systemrelevanteste Unternehmen der Republik es ist ja nett wenn die Lufthansa streikt oder die Deutsche Bahn aber angenommen dass die Kicks ginge von heute auf morgen nicht mehr das wäre sehr spannend weil da unter Umständen wir erhebliche Probleme in der Telefonie hätten wir hätten erhebliche Probleme in der Prökommunikation wir wüssten vielleicht gar nicht was passiert ist wie sollten wir es denn auch erfahren und dass aus diesem kleinen Anfängen heraus eine derart fulminante wirtschaftliche Bedeutung entstehen würde ja das konnte man natürlich nicht wissen ich möchte jetzt zwei Dinge überspringen weil sie schlicht und ergreifend in anderen Gegenden spielten dazu zählt ein Manöver in Aschaffenburg mit dem wunderbaren Zitat des amerikanischen Botschafters der damals gesagt hat vor über 20 Jahren eigentlich haben wir keine Probleme mehr es gibt nur noch sehr wenige Probleme die die Amerikaner und Europäer lösen müssen nun denn ja man kann sich auch mal irren und natürlich gab es im Jahr 2000 Freunde des gepflegten Weltuntergangs also man kann sich da vielleicht noch dran erinnern vor 20 Jahren ging die Weltunter weil die Datums Geschichte nicht gelöst war und der Weltuntergang fand in der Tat nicht statt so und dann hatte ich eigenartigerweise nochmal mit Darmstadt zu tun und das war insbesondere der damaligen Stiftung von der NK Nassau und da hatten wir sehr intensiv mit Fraunhofer Fokus Leuten zusammengearbeitet und der Gedanke des Wissenstransfers wurde auch aufgegriffen in Berlin Gerd Schöhmann hat etwas gegründet ernanntet das E-Government Labor Auch das war eine absolut wegweisende Einrichtung weil nämlich damit gesagt wurde wir bringen konsequent die Anwender und die Anbieter von Systemen zusammen und dieses Arrangement des Dialogs zwischen Anbieter und der Abnehmerseite war ein unglaublich erfolgreiches Modell und das aller lustigste war eine sehr interessante Geschichte war damals etwa im Jahr 2006 2005 2006 gab es ein an Gedanken und die Berliner Fokusleute haben dann in Darmstadt bei Enca Nassau gefragt ob er nicht Kontakte hätte nach Brasilien weil es gäbe von der EU ein Förderprogramm und da gäbe es für Wissenstransfer nach Brasilien und in den lateinamerikanischen Raum dafür gäbe es Geld und ob er da nicht Kontakte und so weiter und Enca Nassau hatte das natürlich speziell nach Brasilien und dann kann ich mich noch sehr gut erinnern wir sind dann in Brasilien Sao Paulo eingelaufen und wir waren sozusagen unterwegs mit der Mission wir erklären jetzt den Leuten in Südamerika wie man E-Government macht und Verwaltungsprozesse digitalisiert und der Witz war die waren viel weiter als wir oben rechts sehen wir ein Bild Pupa Tempo spare Zeit und dieses Pupa Tempo Projekt in Sao Paulo war äußerst pragmatisch gemessen an europäischen Verhältnissen brutal funktional und vor allem alle haben es benutzt es war von der Akzeptanz in der Bevölkerung her den deutschen europäischen Ansätzen haushoch überlegen also wenn wir in Europa noch darüber fantasiert hätten wir können ja mal einen Bauantrag im Internet stellen oder vielleicht wird es in Zukunft möglich sein und wir haben einen elektronischen Personalausweis da waren die schon längst schon längst war es so dass im Pupa Tempo spare Zeit man an solche Schalter ging und da konnte man den in Brasilien extrem wichtigen Personalausweis beantragen verlängern man konnte Führerscheine bearbeiten und dergleichen mehr das heißt der Wissenstransfer ist eigentlich in die umgekehrte Richtung gelaufen aber es war ein nettes Erlebnis in Brasilien Wissenstransfer in der Gegenrichtung dann ist etwas entstanden ja das war ganz interessant man hat so ungefähr diesen Jahren in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends geglaubt Computer könnten so etwas machen wie etwas Wissen und man hat sogar so etwas wie Wissensmanagement Systeme die konnte man auch in Dosen kaufen hier haben wir ein Wissensmanagement System und das ist ein Knowledge Management System von Telekom hat es gemacht und wir haben uns damals die Frage vorgelegt können Computer echt was wissen können die wirklich die Welt verstehen und das war nochmal eine sehr interessante Zusammenarbeit mit dem lieben Kollegen Gorino und wir haben da auch einen Aussatz geschrieben und eine Anekdote möchte ich Ihnen aus dem Aussatz nicht vorenthalten man kann sehr schön sehen wie viel Computer verstehen indem man sie etwa die Frage übersetzen lässt wissen sie wie lange Krokodile leben und die Antwort heißt genauso wie die kurzen und Google übersetzt das ins Englische aber Google lacht nicht Google hat überhaupt nicht kapiert um was es hier geht und Google kann es auch ins Französisch übersetzen aber Google merkt nicht dass der Witz in Französisch gar nicht funktioniert dieses kann der Computer verstehen um was es hier geht man muss es verleinen und wir haben das dann auch an verschiedene Beispiele haben wir dann gesagt im Sinne von schau mal hier Dokumente von denen man glaubt die sein selbst erklärt schon in der Antike hat man selbsterklärende Dokumente geschrieben weil die verstehen es natürlich nicht selbst die hiesigen verstehen es nicht und wenn ich ins Publikum fragen würde wer kann das verstehen was ist das würde alles ganz seltsam ausgehen in diesen Jahren ist auch passiert die dunkle Seite genauso wie die Atomphysik ihre dunkle Seite hat so hat auch die Entwicklung der Informationsgesellschaft die dunkle Seite wir sehen selbstverständlich einen unglaublichen Optimismus in der zweiten Hälfte der 90er wir sind jetzt unsere eigenen Redakteure wir haben Blogs im Computer in Darmstadt war auch mit Tim Cole der einen der ersten Computer Blogs betrieben hat und wir haben Tim Cole damals so ein bisschen aufgezogen im Sinne von ja dieser Computer Blog was ist das was du lesen willst kannst du in Zukunft selbst schreiben interessant aber wir haben einfach massiv die kollektive Vernunft der Leute überschätzt und statt und alle tragen konstruktiv bei und alle sind wahnsinnig lieb zueinander und sind konstruktiv dem Fortschritt dienen haben sie vor allem eins gemacht sie haben begonnen sich zu beschimpfen sie haben Mobbing verbreitet sie haben seltsame Sachen verbreitet es kamen zu großen wirtschaftlichen Verwerfungen bestimmte Strukturen der Wirtschaft sind schlicht und ergreifend der Netzstruktur zum Opfer gefallen und was wir heute sehen sind insbesondere die sogenannten Meinungsresonanz Katastrophen im Netz Sie können sich das so vorstellen in der guten alten Zeit war es etwa so wenn jemand am Stammtisch in der Wirtschaft plötzlich gelabert hat hat man gesagt ist es jetzt gut sei still aber im Netz ist es nicht so im Netz bleibt die Meinung stehen und bei 80 Millionen oder gut 100 Millionen deutschsprachigen Personen in Europa findet jede noch so blöde Meinung 20 30 Leute die den zustimmen und der subjektive Eindruck ist wenn mir 20 Leute zustimmen dann muss ich ja recht haben und plötzlich kommt es dann zu ganz eigenartigen Katastrophen und alternativen Wahrheiten und ähnliche mehr das hat man völlig falsch eingeschätzt man war viel zu optimistisch und wir sehen heute glücklicherweise allmählich so etwas wie eine Verantwortungskultur das hat sich aber erst in den letzten circa zwei Jahren entwickelt und wir haben da insbesondere auch immer wieder Diskussionen gehabt beim ECO Verband wer ist eigentlich verantwortlich und eine Verantwortlichkeit so wie wir sie im Pressegesetz kennen also verantwortlich im Sinne des Internetgesetzes sodass die Personen die tatsächliche Schaden verursachen auch zur Verantwortung gezogen werden naja das war alles nicht so ganz einfach aber mittlerweile dreht sich da langsam der Wind was nicht schlecht ist und dann ging die Zeit weiter was erschien war das Smartphone und das Smartphone man glaubt es nicht war das erste und Akzeptanz sehr wirklich neutrale Gerät alle Leute können als Smartphone benutzen unglaublich und alle haben auch eins und diese Akzeptanz der Technologie die Smartphone die erste wirklich omnipräsente Akzeptanz war mit diesen Dingen haben wir uns in diesen Jahren 2012 2016 intensiv auseinander gesetzt das war beim Eko Verband und ja man sieht das sehr schön das Smartphone das Bundesverfassungsgericht billigt die Ehe zwischen Mensch und Smartphone und Deutschland verändert sich weiter und diese omnipräsenz des Smartphones da wo früher etwa Literatur zu lesen war Zeitung zu lesen war oder wo man auf den Gedanken gekommen ist wenn man an der Bushaltestelle wartete hat man sich mit anderen Leuten ernsthaft mal unterhalten alles das ist ersetzt worden durch den Gebrauch des Smartphones und diese Plakatserie heute schon mit ihrem Kind gesprochen wo die Erziehungsberechtigten eigentlich nur mit dem Smartphone reden und nichts anderes auch sehr schön in freier Wildbahn zu sehen mit den Personen die den Kinderwagen schieben aber das Kind ist völlig Nebensache weil Kinderwagen schiebend muss das Smartphone bedient werden interessant wir werden sehen wie es weitergeht dann haben wir so in den letzten Jahren Corona sei Dank massive Dinge gesehen im Bereich Telearbeit New Work Umgestellung der Arbeitswelt da gab es eine ganze Reihe von Diskussionen in der Balance zwischen Privat und Profession und eigentlich sind das fulminante Auswirkungen des Coronavirus wir hatten mit Bercom in den 90er Jahren Akzeptanz Betrachtungen für Videokonferenz Systeme und da war Helmut Kretschmer zum Beispiel mit dabei aus damals noch Hohenheim später München und wir wussten nicht bei Bercom dass für die Akzeptanz von Videokonferenz Systemen eigentlich noch ein Virus gebraucht werden würde wir haben über Nutzenmodelle gelabert über Kostenmodelle und Kosten Nutzenrelationen und Effizienz und Einsparung von Reiseaufwand nein es war das Coronavirus Corona kommt und hat gesagt ihr müsst zu Hause sitzen bleiben ab jetzt nur noch Kommunikation per Audio und Video und plötzlich war diese Geschichte mit dem Homeoffice und der Audio-Video-Kommunikation gesellschaftlich breit akzeptiert dass es etwa passiert im Sommer 2020 aber die Anfänge waren hier sehen wir Heinz Gerhäuser in der Natur oder hier aus dem Jahr 94 oder wir sehen hier eine Mutter die Prinzessin Diana nicht ganz unähnlich sieht und das ist sozusagen das Klischee der Jahre vor gut 25 Jahren hier sehen wir den riesigen Monitor und hier ist die arbeitende Frau und hier ist das quergängende Kind und das passt alles harmonisch zusammen tut es natürlich nicht ohne ein separates Büro ist es ein bisschen schwierig und ich weiß nicht ob Heinz Gerhäuser da in seiner Lichtung irgendwo in der Wildnis mit seinem Laptop den er damals hatte ein Kilo schweres Instrument so glücklich geworden ist aber wir haben hier massive Umgestaltungen gesehen und ich kann mich auch hier an sehr spannende Diskussionen erinnern hier ist nochmal Detlef Gröbengraf abgebildet und Frau Heidenberg Beko Verband wir hatten dann immer sehr massiv uns um diese New Work Geschichten gekümmert und Detlef Gröbenger hat glaube ich sagen zu können hier auch sehr massive Beiträge geleistet im Bereich des digitalen Studiums wir sehen diese Diskussion per heute absolut ongoing wir sind heute auf dem Trip zu sagen selbstverständlich hat niemand mehr ausgelernt so wie das früher mal war du lernst einen Beruf davon kannst dein Leben lang leben das vorbei es braucht diese permanente Aus- und Weiterbildung viel von dem muss überdacht werden wie wir das effizient auf die Reihe bekommen mit natürlich Netzunterstützung multimedialen Unterstützungen und wir sehen da insbesondere die gemeinsame Verantwortung von Arbeitgebern Arbeitnehmern im Sinne der konzertierten Aktion die man da durchaus in den Raum stellen kann ein ongoing issue und damit kommen wir so langsam zum guten Ende des Manövers in den letzten Jahren haben wir uns intensiv zu beschäftigen mit ethischen Problemen und da gab es eine Reihe von Diskussionen insbesondere mit Ruben Zimmermann die Frage ist wie gehen wir mit den berühmten normativen Automaten um normative Automaten sind im Prinzip Maschinen die den Menschen sagen was er zu tun hat oder aber die Handlung selbst übernehmen das ist natürlich populäre Debatte mit dem berühmten autonomen Fahren und eine ganz wichtige philosophische Frage die man hier stellen darf ist natürlich trifft die Maschinen eine Schuld also können wir das Flugzeug was da abstürzt vom Typ Boeing können wir dieses Flugzeug bestrafen können wir mit dem Flugzeug schimpfen das wird wohl nichts und umgekehrt ist es das Ende der Verantwortung wenn sozusagen Menschen sagen ich war es nicht die Maschine war es also da ist ein Verkehrsunfall passiert und dann ist die Antwort der Unfallbeteiligten ich habe damit nichts zu tun das war das autonome Fahrzeug das hat den Unfall verursacht ich müsste hier in Ruhe lassen wir würden hier also über so etwas wie das Ende der Verantwortungsethik reden und die Debatte die natürlich massiv eine Debatte ist die wir im Moment als aktuell ansehen dürfen und fortgeführt wird dieses Ende der Verantwortungsethik und die Rolle der normativen Automaten und Roboter also dieses systematische Einbauen insbesondere von Abschaltknöpfen da sind wir im Moment in einer ongoing Diskussion und natürlich sind wir da noch nicht beim Ende aber ich finde es ein sehr schönes Phänomen dass man sich damit mittlerweile einigermaßen systematisch zu beschäftigen vermag und das war vor ein paar Jahren einfach noch nicht erfahren und da glaube ich haben wir große Fortschritte dass diese Themen überhaupt existieren ja was haben wir da eigentlich gemacht in den letzten Jahren es gibt sogar Briefmarken die eine Briefmarke die hat einen digitalen Menschen der hat jetzt so ein komisches Polygon Gesicht na wunderbar und die krasseste Briefmarke finde ich die da unten links eine Briefmarke die feiert die Niederlage eines Menschen gegen einen Computer also Mensch verliert gegen einen Computer naja ich sag mal so das war eigentlich unter den Freunden der theoretischen Informatik immer klar wir könnten auch eine Briefmarke machen weil die erste Eisenbahn schneller gefahren ist als eine Postkutsche könnten wir auch dass das irgendwann eintreten würde war klar und hier sehen wir tatsächlich gewinnt ein Computer ein formales Spiel gegen einen Menschen und dann machen wir dazu sogar noch eine feierliche Briefmarke und sagen ganz fantastisch Garry Kasparov hat gegen einen Computer verloren das finden wir so toll da machen wir gleich mal eine Jubiläumsaktion draus äußerst seltsam nun denn ja letztes Schaubild äh offene Fragen im Jahr 2022 ich würde mal so vier Sachen da rot gedruckt nehmen äh Dinge von denen ich sagen würde darüber reden gerne auch gerne auch gerne auch bei der Gesellschaft für Informatik als eine Grand Challenge ähm welche Rolle spielen kontextfreie Spezialisierung ähm kontextfreie Spezialisierung bedeutet in der Medizin naja sie kriegen Medikamente gegen Depressionen leider fallen ihnen davon alle Zähne aus aber das ist nicht nur mein Problem ich bin nur für die Depression zuständig und die Zähne sind der Zahnarzt ähm wir sehen hier heute ähnliches wir sehen Leute die sagen wir brauchen in Computerkontexten gewisse Sicherheitsanforderungen leider funktionieren dann die Anwendungen nicht mehr aber das ist nicht mein Problem also wir brauchen hier dringend so etwas wie eine ganzheitliche holistische Sicht das zweite Thema von dem ich glaube es wirklich ein Challenge ist es sind Pseudo-Innovationen Pseudo-Innovationen äh wenn Leute Dinge erfinden die gab es schon immer äh für mich war die berührendste Pseudo-Innovation der letzten paar Jahre der Bitcoin wenn man den Bitcoin Leuten gesagt hat also was ihr gerade erfunden habt Leute ist eine Währungssurrogat Währungssurrogat gibt es in der Volkswirtschaft schon seit 17 Millionen Jahren könnt ihr gerne im Lexiko nachlesen ist nichts Neues okay nein wir machen hier die Revolution die Revolution heißt Bitcoin völlig neue Wirtschaft alles wird anders jetzt ein paar Jahre später stellen wir fest so richtig anders wird es doch nicht aber es war ein ziemlich teurer Hype und wir haben ähnliche Dinge natürlich gesehen klar doch beim Knowledge Management Computer wissen jetzt alles und wir brauchen das ist alles personenunabhängig und wir speichern alles auf Blatten tun wir nicht das dritte Thema von dem ich glaube dass es eine Grand Challenge ist ist das Treffen unqualifizierter politischer Entscheidungen mit der dazu gehörigen populären Beratungsresistenz wir haben schlicht und ergreifend das Phänomen dass wir als Fachgesellschaften aus der Klasse der Gesellschaft für Informatik ECO Verband VDI große Probleme haben komplexe Sachverhalte gegenüber politischen Mandatsträgern darzustellen weil die irgendwann Schnips sagen und sagen das ist mir zu komplex nee das mag ich jetzt nicht mehr anhören schwierig und das vierte Thema und das ist natürlich spannend ist der komplette Meinungsmüll im Netz die Resonanzkatastrophen von irgendwelchen Meinungen die gelinde gesagt speziell sind so und nun möchte ich mich hier mit dem Foto von Herrn Henkels der hier den Lehrer bei der Feuerzangenbobel gemimt hat der hat sogar einen Platz in Berlin bekommen den Paul-Henkels-Platz damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken Dankeschön Dankeschön und dann